Ich finde diese Zettel an den Bäumen auch wunderbar. Ich habe bloß das Gefühl, es ist eher anekdotisch ein Charakter. Mein Eindruck ist, dass diese Krise dazu führt, dass es Ausgrenzungen gibt. Es geht Jung gegen Alt. Die Jungen kaufen die Supermärkte leer, während die Alten zu Hause sitzen. Es geht Landkreis Heinsberg gegen den Rest der Welt. Es geht Italiener gegen Österreicher. Also wir haben überall solche Konflikte, die aufeinandertreffen. Und ich erkenne nicht, dass diese Krise dazu beiträgt, dass wir besser miteinander umgehen. Eher das Gegenteil. Okay. Andere Beobachtungen dazu bitte, ja. Ja, ich nehme das etwas anders wahr tatsächlich. Also in meiner Wahrnehmung interessieren sich sehr viele Menschen dafür, wie kann ich vor allem nicht nur mich schützen, sondern wie kann ich andere schützen. Und wir haben versucht, bei Spektrum mit den Leuten direkt in Kontakt zu gehen, haben auf Instagram, YouTube, also alle Kanäle, die es irgendwie gibt, aufgerufen gehabt, was sind eure drängendsten Fragen, was möchtet ihr von uns wissen.